Jo, Servus Leute, jetzt für mich die Abfahrt des A50 in Hanno-Hauptbahnhof fährt nach Fulda über Langselbold. Haben wir ihn mal gewunken. Und dieser Zug hat 10 Minuten Verspätung, Grund dafür, dass Verspätung eines vorausfahrenden Zuges hatte. Verspätung Leute, hier ist der A50. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich und schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.